Mein Name ist Nadine Hessler und ich bin die Geschäftsführerin der JenaZell GmbH. Mein Traum ist es, dass wir mit unserer Idee Menschen mit schwerheilenden Wunden helfen können. Die JenaZell hat ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, mit welchem man ein neues Nanobiomaterial in Serie produzieren kann. Dieses eignet sich hervorragend für schwerheilende Wunden als Wundauflage. Die JenaZell GmbH wurde aus der Friedrich-Schiller-Universität ausgegründet. Die bis heute eine starke Unterstützung für uns ist. In einem innovativen Markt Vorreiter zu sein, ist sehr wichtig, um überhaupt Fuß fassen zu können, neben den bestehenden etablierten Konkurrenten. Es ist natürlich sehr schwierig, innovativ tätig zu sein und auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Es gab die Angst, dass der wirtschaftliche Erfolg ausbleibt. Man muss aber das Selbstbewusstsein auch dafür haben, zu sagen, trotz dieses Risikos mache ich das jetzt. Mein Rat für jeden, der sich in einem innovativen Markt selbstständig machen möchte, dass man eben alle überzeugen muss und mitnehmen muss und sich nicht zu lange an der Idee aufzuhalten, sondern schon früh an die wirtschaftliche Verwertung zu denken. Nichts, ein Dritten. Nichts, wir sher alternativen weaponisch. Man muss wissen, dass wir uns hinters еppen,